Herzlich willkommen hier in Steffis Malwerkstatt bei einer Runde Farbentheorie mit Herz. Ja, ich freue mich sehr, dass ich das mit euch teilen kann, denn das ist aus einem Zufall entstanden in meinen Malworkshops. Und gerade das liebe ich ja, wenn einfach der Kollege Zufall mit ins Leben spielt. Ja, ich finde es wirkt schon mal total super, dieses Projekt mit diesen vier Leinwänden. Und zwar habe ich das meinem Teilnehmer Dieter zu verdanken, der Lust hatte, eine Leinwand nur in rot zu gestalten und es sollte eine gelbe Farbe in dem Mittelpunkt sein. So sind wir mit der ersten Leinwand angefangen und es war kinderleicht, die Rottöne zusammenzustellen. Wir haben die Übergänge richtig schön verwischt und somit ist aus dem Gelb leider ein Orange geworden, was aber gar nicht schlimm war, denn Dieter hatte noch ein zweites Projekt vor, nämlich eine grüne Leinwand mit einem gelben Punkt zu malen. Ja, er holte diese verschiedenen Grüntöne und fragte mich und ich sagte, Dieter, das passt glaube ich nicht so gut. Lass uns mal mit diesen Farben anfangen und zwar, dass wir hier noch einen Zwischenton mischen, so dass wir dann drei Töne haben und die vierte in der Mitte. Das war auch Dieters Vorgabe, das wollte er auch gerne. Ja, und dann kam das nächste Projekt, Blau. Da habe ich mir den Farbkreis geholt, weil ich gerne wissen möchte, ja, oder wissen wollte, was wirklich gut zusammenpasst. Das wollte ich jetzt nicht dem Zufall überlassen, sondern mich so ein bisschen schlau machen und das fand ich total interessant, dass wir hier schon zwei Teile des Farbkreises komplett genauso gemischt haben, aus dem Gefühl heraus. Wir haben hier total das Gelb und die Grüntöne hinbekommen und auch hier bei dieser roten Leinwand mit dem Orange in der Mitte die Farbfamilie der roten Farben. Ja, jetzt kam das Blau und hier kam wieder Dieters Lieblingsfarbe ins Spiel, dieses Türkis. Ein grün Türkis, was natürlich super jetzt zu diesen Blaufarben passte. Ja, das war dann auch ganz leicht und dann haben wir uns beide zusammen auf die letzte Leinwand gefreut, nämlich das Pink in der Mitte. Ja, das war dann auch ganz einfach, einfach noch mal zu schauen, dass wir mit den dunkleren Tönen, mit dem Violett am Ende sind. Ja, und das hat eigentlich eine richtige Freude gemacht, diese vier Farben fertigzustellen. Ja, und genau, jetzt noch einmal zu der Farbtheorie. Alle Farben, die mit Gelb gemischt sind, sind warme Farben und die Farben, die mit Blau gemischt sind, sind kalte Farben. Grün ist ein Mittler, ist ein Mittelton und wenn ich dieses Grün mit Blau mische, habe ich hier ein Dunkelgrün und das ist so ein Weihnachtsgrün und das ist eine kalte Farbe. Ja, eigentlich ganz einfach. Alle Farben, die mit Gelb gemischt sind, sind warme Töne. Alle Farben, die mit Blau gemischt sind, sind kalte Töne. Auch hier dieses Pink, wenn man das mit Blau mischt, erhält man Violett und von daher ist das eine kalte Farbe. Ja, dann lasst die Farben noch mal auf euch wirken. Ich freue mich, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid, bei meinem Tutorial und ich wieder etwas habe, was ich mit euch teilen möchte. Ja, genießt die Farben und schaltet wieder ein. Seid dabei, abonniert meinen Kanal und ich freue mich auf euch. Liebe Grüße, eure Steffi.